Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. In diesem Video behandeln wir das Thema, wenn ihr vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen und das Fahrzeug möglichst lange fahren möchtet. Wie kann man feststellen, ob ihr nicht etwas kauft, wo man viel reparieren muss? Viele Fahrzeuge, die auf Garantie sind, haben das Problem, dass viele Komponenten, wie der Partikelfilter, wie Katalysator und viele, viele andere Sachen, nicht der Garantie unterliegen. Auch zum Beispiel ein AGR-Kühler, weil das ist immer abhängig von der Fahrweise. Wenn ihr das Auto aber kauft, kann es passieren, dass ihr diejenigen seid, die dafür investieren müssen, obwohl ihr eine Garantie habt. Und diese ganzen Sachen kann man vorher prüfen. Deswegen bieten wir eine Fernwartung an, das heißt, wir schicken euch ein Kabel. Über das Kabel können wir auf euer Fahrzeug zugreifen. Ihr braucht einfach einen Laptop mit Windows und Internet. Und dann können wir die einzelnen Komponenten des Motors prüfen. Welche genau werden wir in dem Video etwas später behandeln. Und dann bekommt ihr parallel, während wir die einzelnen Sachen prüfen, Bilder von dem Ergebnis. Das heißt, man sieht die Soll- und Istwerte. Und ihr bekommt eine Sprachnachricht als Ergebnis zu der einzelnen Komponente. Dass ihr einfach einschätzen könnt, wie ist der Zustand, ob irgendwo Handlungsbedarf besteht oder halt nicht. Dadurch habt ihr natürlich eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer, um den Preis entsprechend halt fairerweise auch zu drücken, wenn man investieren muss. Oder wenn ihr selber ein Fahrzeug habt, was ihr länger fahren möchtet und nicht viel für teure Reparaturen investieren wollt, kann man das genauso verwenden. Man prüft einzelne Komponenten. In der Regel machen die unsere Kunden das einmal im Jahr. Dann sieht man, ob sich ein Problem irgendwo entwickelt. Und dann kann man handeln, bevor es zu spät ist und teuer wird. Wenn ihr natürlich schon ein Problem habt und eine unabhängige Meinung haben wollt zu den einzelnen Sachen, zu den einzelnen Problemen, dann können wir natürlich genauso das Fahrzeug diagnostizieren und euch eine Handlungsempfehlung aussprechen, wie ihr das Problem, was ihr da habt, löst. Denn wir müssen euch nichts verkaufen. Wir sind sehr weit von euch weg und können euch einfach das Problem diagnostizieren und sagen, das und das würde ich zum Beispiel machen. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikelfilter selber kostet um die 2500 Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW-Tester im Vorweg geprüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fazit hat knapp 100.000 Euro gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist- und Soll-Wert vergleichen mit dem BMW-Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17. Das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56. Und das nur bei 100.000 gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung, der Kunde weiß davon nichts. Deswegen, durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Bei den Partikelfiltern muss man sich auch einzelne Komponenten anschauen, wie zum Beispiel die Rußmasse des Partikelfilters und weil er das letzte Mal regeneriert hat, vor welcher Laufleistung und ob die Regeneration auch erfolgreich war. Das heißt, man sollte sich nicht nur auf die Werte des Partikelfilters verlassen, sondern man muss auch ein bisschen mitdenken, wie das ganze System funktioniert. So wie in diesem Fahrzeug. Man sieht, wir haben hier eine Rußmasse, wir haben auch Werte, wann er regeneriert hat. Und man kann auch schauen, ob er auch wirklich final regeneriert hat. Das AGR-Ventil sorgt dafür, dass Abgase dem Motor wieder zugeführt werden. So sieht das Teil aus. Wir haben hier einen Stempel, der fährt raus und rein und dieser Stempel verkauft. Und das kann man hier auch zum Beispiel simulieren. Man kann das aktivieren und gucken, ob das AGR vernünftig auf- und zugeht. Weil wenn das AGR zum Beispiel in der falschen Position klemmt, das heißt permanent offen ist oder permanent zu, dann haben wir mehr Abgase, als wir haben wollen in dem Fahrzeug. Und diese Abgase, die landen ja natürlich bei den drei Klappen von der Ansaubrücke. Und das ist natürlich nicht ideal. Eine sehr wichtige Komponente ist der AGR-Kühler und der AGR-Bypass. BMW hat das bei sehr, sehr vielen Fahrzeugen auch getauscht. Und das werden wir auch prüfen. Weil wenn zum Beispiel der AGR-Bypass hier klemmt, wenn er nicht richtig arbeitet, dann haben wir einen falschen Ladedruck. Wenn das der Fall ist, dann zeigt uns das Fahrzeug, dass wir einen Partikelfilter haben, der kaum beladen ist. Aber die Werte sind falsch, weil wir haben zu wenig tatsächlichen Gegendruck, der einfach nicht am Partikel ankommt, weil zum Beispiel dieses Ventil klemmt. Und das kann man alles prüfen. Man prüft das, wir starten gleich die Prüfung und am Ende haben wir verschiedene Temperaturen. Und je nachdem, wie die Temperaturen sind, auch im Verhältnis zueinander, davon ist halt auch das Ergebnis abhängig. Ich starte jetzt einmal die Prüfung, ihr werdet sehen. Und am Ende sehen wir ein Ergebnis. Hier sehen wir verschiedene Temperaturen und diese Temperaturen müssen in einem richtigen Verhältnis zueinander sein. Das heißt, dass man das auch alles auswerten kann. Daher muss man nicht einfach nur auf die Werte gucken, sondern man muss halt auch mitdenken, wie das Ganze zusammenspielt und was die Werte halt heißen. Nur so kann man auch eine vernünftige Handlungsempfehler euch aussprechen, ob ihr ein Fahrzeug kauft oder euer eigenes Fahrzeug, was man da machen kann oder einfach um Probleme zu lösen. Die Injektoren oder Einspringen spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil, deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und da wird einfach das Billigste von den Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann. Denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen, denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansauerbrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR, irgendwann verrusten die drei Klappen und fangen an zu klemmen, so wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil, daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39, für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partikifels unterbrochen und ihr bekommt davon leider nichts mit. Man kann mit dem BMW-Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht. Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansarbrücke entsprechend sauber ist. Nach der Ansarbrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AGR in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen, die hat das System gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Soll-Werte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschiedener Drehzahlen angefahren und die Werte werden entsprechend halt uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich für den Soll-Werten, die man haben sollte oder was halt schlimmsten Fall sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier im Fahrzeug, hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Krassstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was den Partikelwerte natürlich zusetzt. Anhand der Adaptionswerte eines Automatikgetriebes kann man feststellen, wie ist der Zustand und was ist die richtige Maßnahme. Anhand der Werte sehen wir hier einmal Kupplungsfülldrücke und Schnellfüllzeiten. Die sagen uns, wie viel mehr Druck leistet ein Getriebe, um den Gang einzulegen bzw. die Kupplungszermellen zusammenzudrücken und wie viel Zeit ist dafür notwendig. Anhand dieser Werte kann man sehen, wie ist der Zustand des Getriebes und was ist die richtige Maßnahme. Reicht zum Beispiel eine Getriebespülung aus? Muss zum Beispiel eine Wartung gemacht werden, wo Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe getauscht werden? Oder muss die Mechatronik zerlegt werden und die Dichtplatte muss getauscht werden? Das alles kann man anhand dieser Werte sehen und schauen, was ist die richtige Empfehlung, die richtige Maßnahme für das Automatikgetriebe. Eine sehr, sehr teure Angelegenheit kann sein, die Probleme mit der Elektronik. Weil so ein Fahrzeug hat natürlich sehr, sehr viele Steuergeräte und wenn so ein Steuergerät zum Beispiel nicht einsteht oder wenn zum Beispiel Steuergeräte nachgerüstet wurden, wie eine Alarmanlage oder irgendwas anderes, kann es dafür sorgen, dass das gesamte Fahrzeug nicht einsteht. Wenn das der Fall ist, hat das Fahrzeug mehr Stromverbrauch, als es haben sollte. Und dann sucht man, wie man so sagt, die Nadel im Heuhaufen. Das kann man hier im Vorwege prüfen. Man kann eine Ruhestromüberwachung Prüfung machen und schauen, ob das Fahrzeug in den letzten Zyklen vernünftig eingeschlafen ist. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kann es halt sehr, sehr teuer werden, um das Problem zu finden. In dem Zuge macht das halt auch Sinn zu schauen, wie ist die Batterie beladen, ob die Beladung der Batterie vernünftig funktioniert. Denn eine Batterie kostet bei BMW relativ viel Geld, wir liegen preislich um die 500 Euro inklusive Einbau und Kodierung. Und man muss halt natürlich auch schauen, ob die Batterie tatsächlich von der Lichtmaschine, von dem IBS-Sensor vernünftig geladen wird und wie alt die ist. Hier kann man zum Beispiel sehen, in dem Fall ist das noch die erste Batterie und die wird aber auch wirklich vernünftig geladen. Wir haben fast bei 90 Prozent. Das sagt, dass die Batterie halt technisch in Ordnung ist. Wenn das Fahrzeug natürlich sehr, sehr viel Stop and Go fährt, haben wir natürlich auch mehr Verschleiß und die Batterie geht auch schneller kaputt, weil die wird in einem Zyklus nicht vernünftig komplett geladen. In dem Fall ist alles soweit in Ordnung.